Oh, wie bin ich gestern angekommen? Uff, keine Ahnung. Hirn, hör auf, brummen. Und ich muss das wieder ausbaden. Und was soll ich sagen? Ah, ich habe geraucht. Heine Halt hat klein. Das war eine geile Party. Aber 33 Whisky Cola. Wieso musst du gerade zwei Kebaben reinpfeifen? Ich meine, es hilft dir, wenn ich nach dem Ausgang noch etwas esse. Hört auf, streiten. Ein Kader ab 40 ist einfach scheisse. Wieso dauert der Orgasmus ab 40 eigentlich nicht länger? Gute Frage. Hey Leute, ich störe wirklich ungern. Aber könnte ich vielleicht etwas Wasser haben? Wäre mega lieb. Ich würde mega gerne gar nichts. Aber wirklich nicht aufstehen. Okay, okay. Ich schwöre. Nie mehr Alkohol. Ich finde es alles andere als lustig. Wisst ihr was? Den könnt ihr haben. Absicht,고요. Das ist nichts für das in der Esch determine. Aufstehen, manchmal haben wir, wo ihr sie Violenceo nicht betätigt was. Vielen Dank.